Fortschritt, Qualität, Innovation. Dafür steht MYPRO seit 1964. 50 Jahre MYPRO, das sind 50 Jahre Erfahrung in der Befestigungs- und Schallschutztechnik. Anwendungsgerechte, wegweisende Erfindungen, gewissenhafte Erprobung und technische Weiterentwicklung sind die Basis der Erfolgsgeschichte bis heute. 1964 gründen die Brüder Franz und Helmut Müller in Frankfurt-Höchst die Metallwarenfabrikation ORG. Ein Jahr später entsteht der Markenname MYPRO. Mit der Rekord-Hängeschelle, dem ersten Systemprodukt für Rohrbefestigungen überhaupt, startet eine Reihe von Innovationen. Richtungsweisende Lösungen wie der MYPRO-Sicherheitsclip oder die Schalldämm-Einlage Dämmgulast werden bis heute millionenfach verkauft. Weltweit. 1990 stellt MYPRO die Rohrschelle optimal vor. Das Neue daran, der Sicherheitsfangverschluss lässt sich mit nur einer Hand schließen und verhindert unkontrolliertes Öffnen. Wenig später wieder eine wegweisende Erfindung. MYPRO entwickelt den schallentkoppelnden Rohrleitungsfestpunkt Phonolith. Längst werden auch internationale Märkte erobert. Die erste Tochtergesellschaft entsteht 1973 in Frankreich. Heute ist die MYPRO-Unternehmensgruppe in vielen Ländern mit eigenen Gesellschaften aktiv und hat Vertriebspartner auf der ganzen Welt. Die Unternehmenszentrale in Hofheim am Taunus. Hier kümmern sich kompetente Ansprechpartner um die Anliegen der Kunden. Aufmerksam, schnell und serviceorientiert. Das Produktsortiment wächst ständig. Insbesondere in den Kompetenzfeldern Systemschienen, Rohrschellen, Schallschutz und im baulichen Brandschutz setzt MYPRO kontinuierlich neue Impulse zum Nutzen der Anwender. Das Portfolio wird ständig analysiert, ergänzt und weiterentwickelt mit neuen Produkten und modernster Technik. Online-Shop, Planungssoftware oder mobile Apps. Nützliche Anwendungen, beispielsweise für die Schienenberechnung, erleichtern die Planung und Umsetzung von Installationen. Schulungen und Workshops sind ein wichtiger Teil der MYPRO-Unternehmenskultur. Wissen, das in die Kundenkontakte fließt und beste Beratung gewährleistet. Die MYPRO-Verkaufsberater sind Partner des installierenden Handwerks von Planern und Architekten. Service und Kundenorientierung sind für MYPRO eine Selbstverständlichkeit. Bei schwierigen Befestigungsaufgaben hilft die MYPRO-Anwendungstechnik weiter. Ingenieure mit Erfahrung und Know-how erarbeiten optimale Lösungen für jede Einbausituation. MYPRO stellt seine Premiumprodukte selbst her. Auch hier gilt, die Marke steht als der Pionier in der Befestigungs- und Schallschutztechnik. Für fünf Jahrzehnte Technikwissen und Qualität made in Germany. Mit einem leistungsstarken Maschinenpark werden anspruchsvolle Serienfertigungen umgesetzt. 30.000 Tonnen Stahl in unterschiedlichen Güten werden hier jährlich verarbeitet. MYPRO deckt als Komplettanbieter mit dem heutigen Schienensortiment sowohl die Haustechnik als auch den Industrie- und Anlagenbau vollständig ab und setzt dabei auf exakte Verarbeitung bei hoher Zuverlässigkeit. Qualifizierte, spezialisierte Mitarbeiter machen dies möglich. Effektiver Korrosionsschutz ist für die Langlebigkeit und Wirtschaftlichkeit der Produkte ein zentrales Kriterium. MYPRO stellt heute unterschiedlichste Oberflächenbeschichtungen für Innen- und Außenanwendungen her. Von unabhängigen Gutachtern geprüft und mit Garantie von bis zu 20 Jahren. Garantierte Qualität steht auch bei der Produktentwicklung im Vordergrund. Fertigungsbegleitende Qualitätssicherung und regelmäßige Tests in den MYPRO-Prüflaboren sorgen für gleichbleibende, verlässliche Qualität. Untermauert wird das Qualitätsversprechen durch Gutachten unabhängiger Institute. Der eigene Werkzeugbau ermöglicht es MYPRO besonders schnell auf Marktanforderungen zu reagieren. Neue Produkte gelangen in kurzer Zeit zur Marktreife. Anspruchsvolle Serienproduktionen lassen sich effizient umsetzen. Mithilfe eines modernen Lagersystems ist die Ware schnell verfügbar und in der Regel innerhalb von 24 Stunden auf der Baustelle. MYPRO ist immer direkt beim Kunden mit kompetenten Verkaufsberatern und zentral gelegenen Niederlassungen. Wie hier in Hamburg beraten Fachleute die Handwerker vor Ort. Gängige Artikel können auch gleich mitgenommen werden. Eigentlich schade, dass viele MYPRO-Produkte nach ihrer Installation hinter Verschalungen und Wänden verschwinden. Schiene, Rohrschelle und Co. werden nicht nur an Land gebraucht. Ein wichtiges Einsatzfeld für Befestigungs- und Schallschutztechnik liegt im Schiffsbau. 2007 startet MYPRO deshalb MYPRO Maritim mit Schwerpunkt Schiffsausrüstung und Offshore-Technik. MYPRO Maritim bietet individuell auf den Schiffsbau abgestimmte Anwendungen und fundierte fachliche Beratung. Innovative Produkte, moderne Vertriebskanäle und maximaler Mehrwert für die Kunden im In- und Ausland stehen auch in Zukunft im Mittelpunkt. Auf dieser Basis wird die MYPRO-Erfolgsgeschichte in den kommenden Jahren fortgeschrieben. MYPRO Fortschritt und Qualität.